Level abgeschlossen Luke Skywalker Tatooine Ben Kenobi Ready, haben wir geschafft Münzen, Minikit Was zum Teufel Panzer gibt das Bestimmt Panzer, muss Panzer sein Story fortsetzen Fürsetzen Oh Oha, Stiehlaugenhainz ist auch da. Oh. Münzen. Ich krieg schon wieder das... Egal. Oha. Na, nicht. Ja, genau. Wow. Oh mein. Und hier wieder. Klöhn. Klöhn. Klöne. Wir sind Klöne. Stimmt das gar nicht. Böh. Sind ja Sturmtruppen. Sturmtruppen sind ja gar keine Klöne. Sturmtruppen sind ja Freiwillige. Sozusagen. Sind ja keine Klönengruppen. Sind Sturmtruppen. Keine Klone. Nur Unterschied. Das geht nicht kaputt. Das geht nicht kaputt. Pass auf. Da ist wieder hier Kopfgeldjäger. So. Zack, 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 zack. Komm. Oh, die ist hier oben. Also diese Dämmchen. Doppelte Punktezone. Doppelte Punktezone. Goll. Komm mal. Glauben Tag. Was gibt das jetzt? Ich bin der Minikett, schade. Okay, ich dachte schon... Aber nein. Aua! Es reicht! Eh, denn der Sturmtruppler. Zack! Oh, 2 von 3. Karotten. Karotten. Geh nicht kaputt. Schade. Schade, Schokolade! Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-schade! Aua, Aua! 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 Ja, komm mit mir. Aber das... Jawoll! Klonen nerven schon, wie ich... Moment mal. Ich muss hochlegen. Das wieder dunkle Macht. Da gibt's Glück zu schaffen. Yeah! Jump'n'Run! Alter, wir spielen Assassin's Creed nicht sauberes. Ach du Scheiße! Aua! 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 Lass das! Lass... Das! Ich will mein Geld wieder! Nein! Das war teuer! Wucht! Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ey! Das kann doch net wahr sein! Krieg ich ne Missgeburt. Ey! Ohne Witz! Sag mal! Wollt ihr mich eigentlich verarschen hier? Ey! Da steht schon wieder der Nächste! Ohne Witz! Da komm ich eh nicht dran! Leck mich doch! Ähm... Okay... Warum ist das offen? Ja, ich weiß ja nicht, aber das ist jetzt irgendwie ein bisschen cheaty, oder? Da? Ich mein so... Hä? Warum ist das offen? Ich hätte doch keinen Klon! Aber... Kein Sturmtruppler! Hä? Die Wege des Herren sind sonderbar! Alter! Wie wenig Minzen ich hab! Schon irgendwie traurig! Oh! Ohne Scheiß! Erste Robo stehst absolut voll fett im Weg! Ohne Scheiß! Sehr egal! Oh... 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 Ich mach mich da rüber! Halt's ab! So... Mach dir mal den da fertig, ist mir neugier! Jetzt läuft der schon wieder in Klon! Ach... Spreckenrappel! Doppelte Punktezone! Hey! Reingepackt! Hey! 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 Kann ich das kaputt machen? Ne! Schade! So! Manu! Ja, aber das geht jetzt so in der Hölle! Dann! 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 Boah! Geil! Doppelte Punkte! Nice! Oh Scheiß! Was ist eigentlich drin? Oh! Schick! Gibt's doch da auch! Aber da ist nix drin, wa? Ja, da ist nix drin, wa? Da ist auch nix mehr drin! Zack! Wo ist sie hier? Und rein! Ach, da ist sie wieder dunkle macht, wa? Ähm! 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 Wie komm ich jetzt? Wie? Scheiße! Jetzt hab ich mich hier reingepackt, aber kann das hier nicht machen, oder was? Doch! Geht! Ich wollte schon sagen! Nein! 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 Oh mein Gott! Nooo! So viel Geld verloren! Ich hab's auch drauf angelegt! Zack! Zack! Eine Klone! Stummtropfen, Entschuldigung! Sind ja gar keine Klone! Ahaha! Ehh! Ehh! Sterben kannst du! Sterben! Zahm, ey! Will der mich verarschen! Arschen Fassbar Zeck, 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 zeck So, meins Erstmal Geld hier Ohne Geld läuft hier gar nix Das hat schon Han Solo gewusst Ja Oh Aua Komm Oha Komm Schick Was hier Nix Nix So Jetzt brauchen wir mal ein R2 Wo ist denn der? Hallo R2 D2 R2 Schnell 2 Ah Ach sieh mein Mann Wo ist denn der? Hä? Hallo R2 D2 C3 P O Wo seid ihr? Wird sie mich verarschen? Wo sind die? Hä? Merk sie Lied sie wie war Guck mal runter du Fickvogel Wird sie dich verarschen? Nein, das ist eine andere Richtung. Toll. Oh, deine raus. Zack. Zack. Oh, jetzt hier. Ran an den Speck. Und das Speck-Mäuschen hier. Zack. Kann C3 eigentlich auch zusammenbauen? Keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Habe ich noch nie ausprobiert. Oha. 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 Geld. Geld. Guck, wenn das jetzt da mal ein bisschen mehr geben kann, ne? Stopp. Ähm. No! Hey! Was soll denn der Mist? Mist. 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 Das ist meins. What the fuck? Geld. 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 Wow. Jetzt wird er nicht einstammen können. Du willst einfach zu schnell e-spawnen. toll ich bin platz ich kann nichts machen als asozial schön ja kippe ich doch noch viermal ja ich kann ja nichts machen wie ich das unterliegt du Arschgeburt mein Geld kriege ich auch nicht wieder ja wow schloch die kann ich vergessen ja